hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde zu einer neuen weiteren folge gta online ohne fehler wir sind heute dabei wir spielen die mission küstenwache die mission küstenwache haben wir noch nicht gespielt bisher wir werden mit diesem schönen fahrzeug was ihr in dem bild und für beide jeweils 1 fahren oder ob wir eins zusammen fahren weil einer oben gana sein muss also schießen muss wahrscheinlich sehen aber erst mal verlassen wir das gebäude mal wie immer mit einem heli jawohl mit meinem überaus teuren helikopter begib dich zu einem technical aqua okay das ding kann wahrscheinlich auf wasser fahren bei aqua wahrscheinlich ne ich gehe mal hundertprozentig davon aus ist ein amphibienfahrzeug und wir werden wahrscheinlich boote genauso wie fahrzeuge schießen müssen möglich ja er sagt gerade amphibische pickup trucks so wo müssen wir denn dahin kannst ja schon mal auf die karte gucken ganz in den norden komplett gut dass wir mit dem helikopter unterwegs sind und nicht mit dem auto das stimmt wohl wo russland bei moskau ist ein passagierflugzeug abgestürzt alle tot steht hier ach du scheiße ein russisches flugzeug oder ein von irgendeinem bekannten traveldings muss ich mal gerade gucken warte muss ich gucken ähm da ist das gute ding willst du fahren also es waren russische oh man ey wie ist das bei flight control we have a problem schneller neustart ja und dann müssen wir jetzt wieder darüber fliegen nein wir starten direkt da wenn ich mich nicht irre oder nein ne das hat nichts zu bedeuten doch doch nochmal rüber fliegen es tut mir leid es tut mir leid liebe leute ich bin nicht richtig gelandet deswegen ist das passiert deswegen fliegen wir noch einmal darüber wir kennen es ja das erste geht immer in die Hose der allseits bekannte Spruch mhm obwohl in der letzten Folge ging es nicht in die Hose ne in der letzten nicht aber schweig 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 ach schweig gedämmz schweig schweig ok und die maximale gesundheit ist gestiegen wo sehr gut so sind wir ja bald da diesmal landen wir anders als ich ausgestiegen bin bin ich auch erst mal zehn meter runtergefallen ja ich bin eigentlich gelandet das ding war am boden ich habe auf y gedrückt um auszusteigen also auszusteigen und eigentlich hätte das ding nicht mehr hoch fliegen dürfen aber dadurch dass du ausgestiegen bist ist das helikopter in ist das helikopter ist der helikopter in schräglagen kommen also seitlich so dadurch ist es kaputt ja ich habe mir bisher noch keine jacht gekauft ich glaube ich will noch keine kommen wir machen das auf jeden fall so wie letzte folge ich fahre das ding und du wirst schießen gut dann machen wir das so die haus kann auf jeden fall auf wasser fahren nein mein gott sollst du einfach nur hier einsteigen alter wie er da drauf steht ne ah begib dich zur jacht wo ich gerade eben schon drauf geschossen habe ja wie er da drauf steht ja geil lon alter ja das war nicht so geil ja kann ich auch nichts zu ah goldene auszeichnung gekriegt fahrgast 400 rp jungen alter was für riesen kugeln das ding badert heli 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 als erstes ja heli 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 hel Achso ich muss drauf, nicht dein Ernst. Wir müssen beide drauf. So fahr rückwärts. Dann bleib so stehen, ist egal, bleib so stehen. Aua, ich habe meinen Kopf gestoßen. Nein, wie kann ich nach oben schwimmen? Musst halt nach oben gucken. Ja, ich gucke nach oben. Und dann shift glaube ich. Nee, funktioniert nicht. Ich schwimme halt nach unten. Echt jetzt? Ja, keine Ahnung. Weiß nicht wie das geht. Halle, jetzt bewegt dich doch mal du Dreckstyp. Hey, warum kann ich nicht hier hoch? Bin tot. Ich weiß halt nur, wie man mit dem Controller am besten hochschwimmt oder Leertaste vielleicht. Ah, Leertaste könnte sein, könnte sein. Lass uns mal gucken, ob wir die Mission jetzt irgendwie von hier aus fortfahren. Nee, das ist dann wieder raus. Achso, also nochmal. Schneller Neustart. Schneller Neustart. Ja. Komm schon von da aus, bitte. Ja, von da. Das ist auch okay. Jo. Sehr gut. Oh. Nein, ich will nicht vorne einsteigen. Ich will hier hin. Was machst du denn da, du Dreckstyp? Ja, komm, mach du als erstes. Nicht hinten. Das ist so genial. Mein Typ will auch immer hinten einsteigen, obwohl noch gar keiner irgendwo drinnen ist. Ja, okay. Ich habe nichts gemacht. Nee, nee. Ich habe wieder den Fahrer rausgeschossen. Komm mal weiter. Wofür? Okay. 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 So, fahr mal näher ran. Ja, warte. Es ist gar nicht so einfach. Geh doch da hoch. Warum geht ihr denn da nicht hoch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Stehst du da auf dem Auto oder was? Pass auf, da kommen wieder welche. Ja, ich kann nicht ins Auto. Jetzt. Helikopter. Jo. Ist down. Oh. Da kommt man. angeflogen. Warte. Oh shit. Hey, warum steckt der immer da ein? Oh, da kommt was. Ja, warte. Alter, du hast mich angefahren. Bewegt mich überhaupt nicht. Alter! Einmal draufdrücken. Mach ich. Dann komme ich hinten. Also, als Beifahrer. Was soll denn das? Ja, wir müssen aber schießen. Ja, fahr, 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 fahr. Ich fahr einmal an Land. Ah, er schießt auf uns. Ja, ich kann nicht schneller. Das Kackding ist scheiße langsam. So, jetzt kannst du gleich. Ja, bleib stehen. Ich wurde rausgeschossen. Was zum Teufel ist mit dieser Mission los? Ja, das weiß ich auch nicht. Nochmal. Nochmal. Los. Jetzt sind wir auf dem Wasser? Ja, weil du die Kisten so zerstört hast. Wahrscheinlich. Oh nein. Dann müssen wir da wieder einsteigen. Toll. Das sieht so aus, als wäre das... Ich will nicht da hin. Fahrer. Ja, ich bin bei Fahrer. Los. Alter, ich werde voll getroffen. Lenk mal, lenkt mal nach links. Ich fahr jetzt mal ein bisschen weiter weg. Ja. Zum Wechsel, da wo die uns nicht alle sofort treffen können. Ja. Es geht ja auch nur hauptsächlich um den, äh, Helikopter. Oh, das sind auch Straßenfahrzeuge. Mhm. Das ist schnell. Jo. Ich wohne voll von der, von der... Ja, ich hab's gesehen. Juckelt, ey. So, Helikopter down. Sehr gut. Da ist noch ein Helikopter. Wo? Da. Flieg da. Achso, jetzt sehe ich den erst. Down. Sehr gut. Da ist ein Boot, was versucht, an Land zu fahren. Ja, lass das mal. Fahren. Au. 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 Das Ding ist mega geil, Alter. Ja, okay, okay. Das macht mega fun einfach nur. Ich hab'n Fahrer rausgeschossen. Ja, sehr gut. Wir sind schon da. Wir sind schon da. Puckis? Das sah aus wie so ein Spermium, was Wasser spuckt. Jawohl. Das hat ja jetzt ganz schön lange gedauert. Ja. War meine ganze Folge durch. Nicht. 7.670 Dollar, Junge. 2.200 RP. Nee, nicht 2.200. 2.200 RP. Ja. Damit verabschiede ich mich wieder von einer glanzvollen und auch sehr langen. Glanzvollen. Ja, natürlich glanzvoll. Guck mal, wie glanzvoll das Ende war. Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich sage einfach mal. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.